Vielen Dank, Friedrich Schollhammer. Und das war eigentlich schon fast das Schlusswort. Zehn gratulanten Laudatoren. Und jedes Wort war ein Schlusswort und ein Wort des Anfangs und tolle, tolle Worte für Gregor Gysi. Und letzte Worte und letzte Töne hat nochmal Toni Kral. Und wir gehen zurück ins Jahr 1987 und da ahnte vermutlich noch nicht, oder wahrscheinlich gar keiner, was zwei Jahre später passieren würde. Und City hat eine Platte veröffentlicht, die hieß Casablanca und da war jeder Song ein Song zur Zeit. Und zwei, kann ich mich noch erinnern, ich arbeitete damals bei DT64, landeten sofort auf dem Index. Und eines davon ist das Letzte, was wir heute Abend hier hören. Nein, naja, nee, es stimmt ja. Es ist ja noch nicht Abend, der Vormittag ist noch lang, Gregor Gysi wird auch noch nach oben kommen. Aber hier ist nochmal Toni Kral und Casablanca. Stimmt's? Ja. Ich darf zweimal. Ich möchte für alle, die heute hier nicht geredet haben, aber hier im Saal sind, ich glaube, ich schwinge mich nicht gerne auf zum Sprecher von anderen Leuten, aber ich glaube, das darf ich sagen, alle wünschen dir Glück, ob das die hier waren. Wir waren auf der Bühne oder hier im Saal. Und bleibst du Glück. Eigentlich war geplant, dieses Lied heute hier mit Henry Hübchen gemeinsam zu singen. Das wäre ein Traumduett gewesen. Und wahrscheinlich wären wir da auch noch hier in den einstiegigen Schlagersendungen aufgetaucht. Warum denn Henry Hübchen? Henry hatte mir 1967 eine Gitarre verkauft, weil er beschlossen hat, Schauspieler zu werden. Und Lederjacke und Gitarre hat er an den Nagel gehängt, aber nicht wirklich. Zu Hause hat er heimlich eine Gitarre behalten und hat immer mal so gezupft und kam gerne zu uns ins Studio, zu uns, also zu City, um uns zu besuchen. Und plötzlich nahm er die Gitarre und spielte ein Lied. Wir sagten, Mensch, das ist ein tolles Song. Was machst du damit? Willst du jetzt doch nochmal umsatteln und Rockstar werden? Oh nee, auch nicht. Und wir haben ihn dann gebeten, gib uns dieses Lied, wir machen da einen Hit draus. Es hat geklappt und wir haben ein ganzes Album nach diesem Song benannt. Henry ist leider krank und deshalb ist er nicht hier. Und ich sag wirklich, er ist krank, denn wir haben dieses Lied geprobt. Noch in dieser Woche am Montag. Aber jetzt hat ihn die Grippe eingeholt, er liegt im Bett, lässt schön grüßen und wir glauben ihm das, ja? Er hat an ihr vorbeigesehen und ihm war kalt dabei. Sein Abschied macht es ungeschehen, spiel noch mal das Tag da aufs Ball. Er hat sie nicht vergessen können, das lächelnde Gesicht. War ein stilles Niederbrennen, nie ganz ausgelöscht. Spiel noch mal das Time goes by. Spiel noch mal das Time goes by. Play it again, Sam. Again and again. Play it again, Sam. Again and again. Play it again, Sam. Again and again. Casablanca ist Time goes by. Casablanca ist Time goes by. Jetzt die Strophe, die Henry singen sollte? Die, die musste ich heute Nacht noch lernen. Wenn er die Zigarette ausdrückt und die Augen reibt, sieht er, wie sie und ihm davon fliegt nur der Nebel rein. Er hat an ihr vorbeigesehen und ihm war kalt dabei. Kein Abschied macht es ungeschehen. Spiel noch mal das Time goes by. Spiel noch mal das Tag goes by. Spiel noch mal das Time goes by. Spiel noch mal das Time goes by. Casablanca, it's time goes by It's time goes by Casablanca, it's time goes by